Heute wird das Einstellen einer Zündung anhand eines Buch E50 Motors näher gebracht. Bei einer solchen Einstellung sind zwei Parameter von Bedeutung, nämlich der Unterbrecherabstand und der Zündzeitpunkt. Nachdem der Polraddeckel, welcher mit zwei Schrauben im Gehäuse des Motors verankert ist, abgenommen wurde, wird der obere Totpunkt am Polrad markiert. Falls dieser bereits vorhanden sein sollte, kann er nochmals überprüft werden. Der OT ist der obere Umkehrpunkt des Kolbens. Um den OT zu ermitteln, wird zuerst die Zündkerze entfernt. Anschließend wird ein Fühlerwerkzeug in den Brennraum eingeführt. Durch langsames Drehen am Polrad erfüllt man den höchsten Punkt des Kolbens und somit den OT. Wenn dieser Punkt erfüllt wurde, wird eine Markierung auf Höhe des Motorgehäusespaltes auf das Polrad übertragen. Das ist ab jetzt die OT-Markierung, auf welche wir später nochmals zurückkommen werden. Zum korrekten Einstellen des Unterbrecherabstandes benötigt man eine 0,4 mm Fühlerlehre. Zuerst dreht man die Magnetscheibe in Motordrehrichtung bis kurz nach der vorhin angebrachten OT-Markierung. In dieser Stellung hat der Unterbrecher voll abgehoben. Nun steckt man die 0,4 mm Fühlerlehre in den Spalt des Unterbrechers. Die Lehre muss sich leicht, aber spielfrei in den Spalt einführen lassen. Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist der Unterbrecher neu einzustellen. Dies geschieht durch Verdrehen der Unterbrechergrundplatte. Nach dem Lösen der oberen Schraube setzt man an den Einkerbungen der Grundplatte einen Schraubenzieher an, mit dem man den Unterbrecherkontakt offen hält. Gleichzeitig führt man die 0,4 mm Fühlerlehre in den Spalt des Unterbrecherkontaktes ein und lässt die Grundplatte auf die Fühlerlehre fallen. Nun fixiert man wieder die Grundplatte mit der oberen Schraube und zieht die Fühlerlehre heraus. Wenn man alles richtig gemacht hat, stimmt nun der Unterbrecherabstand, welchen man zur Sicherheit nochmals kontrolliert. Der Zündzeitpunkt dieses Bruchmaximotors beträgt 1 mm vor OT. Das bedeutet, dass der Unterbrecher 1 mm vor OT zu öffnen beginnt. Da 1 mm sehr schwer zu messen ist, verwendet man das Polrad als Einstellhilfe. Eine Drehung von 16 mm am äußeren Umfang des Polrades entspricht einem Millimeter Kolbenweg. Man braucht also nur von der OT-Markierung im Abstand von 16 mm eine zweite Markierung im Motordrehrichtung anbringen. Das ist die Vorzündungsmarkierung. Der entscheidende Punkt ist, dass genau wenn die Vorzündungsmarkierung mit der Gehäusernaht des Motors übereinstimmt, der Unterbrecher zu öffnen beginnen muss. Falls dies nicht der Fall sein sollte, ist der Zündzeitpunkt falsch eingestellt. Eine Korrektur erfolgt durch Verdrehen der Zündungsgrundplatte. Die Grundplatte ist mit drei Schrauben im Motorgehäuse befestigt. Durch Lockern dieser Schrauben lässt sich die Grundplatte verdrehen. Eine Drehung der Grundplatte in Motordrehrichtung bewirkt weniger, eine Drehung entgegen der Motorrichtung mehr Vorzündung. Nach Erfolg der Korrektur ist der Zündzeitpunkt nochmals in vorher beschriebener Weise zu überprüfen. Eventuell sind zwei bis drei Versuche notwendig, bis ein optimaler Zündzeitpunkt eingestellt ist. Unter diesem Video finden Sie auch ein Video zur Funktion des Bing 14 Vergasers. Sowie einen Link zum Schriftstück Elektrik von Steyr-Daimler Buch zur vollen Einstellung der Zündung. Fragen sowie Anregungen für kommende Videos können in diesem Bereich auch gerne mit uns geteilt werden. Wir freuen uns auf Ihr Feedback und wünschen Ihnen viel Erfolg.